So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen und es ist offiziell. Mats Hummels kehrt zum BVB zurück und wir klären einige Fragen und Transferdetails, unter anderem wie teuer ist Mats Hummels. Das erfahrt ihr gleich in diesem Video. Ja, der BVB und der FC Bayern München einigten sich heute auf einem Transfer von Mats Hummels zum BVB. Hummels spielte 2008 bis 2016 bei Borussia Dortmund und Bayerns Trainer Niko Kovac hat wohl ein grünes Licht für den Verkauf des Verteidigers gegeben. Ja, jetzt fragen sich natürlich alle, wie teuer ist Mats Hummels bzw. wie teuer ist der Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zum BVB? Ja, und das Ganze wird wohl doch teurer als am Anfang angenommen. Die Ablösesumme für Mats Hummels beträgt laut einem Bericht 31,5 Millionen Euro und kann durch eventuelle Erfolgsprämien um bis zu 7 Millionen Euro wachsen. Ein solcher Erfolg könnte etwa der Gewinn der Meisterschaft sein, was natürlich in Dortmund auch gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, nachdem wie man die Mannschaft zurzeit aufbaut. Das ist wirklich eine ziemlich hohe Summe für einen so alten Verteidiger. Ich möchte mal gerne eure Meinung wissen, was sagt ihr dazu? Haltet ihr diesen Transfer für sinnvoll oder ist Hummels zu alt oder zu langsam? Und wie beurteilt ihr diese hohe Ablösesumme? Ist Hummels das wert? Kann Hummels dieser hohen Ablösesumme gerecht werden? Und könnte der BVB sogar in diesem Jahr die Meisterschaft gewinnen bzw. im nächsten Jahr? Schreibt das wirklich alles mal in die Kommentare. Ich mache hier oben noch so ein kleines Abstimm-Symbol hin, wo ihr abstimmen könnt über die einzelnen Fragen, die ich euch gerade gegeben habe. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao! Schreibt das mal in die Kommentare!